Hallo, willkommen bei Mamma Nie, Finanzen kann jeder. Heute gibt es mal keine Analyse, denn ich möchte heute auf eine Frage, die mir gestellt worden ist, ein wenig näher eingehen. Ich fand die Frage berechtigt und wichtig und daher habe ich mich dazu entschlossen, dieses Video zu drehen. Klar hätte ich auch die Frage schnell unter dem Video beantworten können, aber ich denke mir, dass viele nach einem ersten Blick auf mein Depot ebenfalls dieser Meinung sein könnten. Ich möchte aber, dass ihr versteht, was ich hier mache und warum. Hm, manchmal scheint etwas anders zu sein, wie es in Wirklichkeit ist. Und ich möchte das im Vorfeld klären, bevor sich ein falscher Eindruck bildet. Also, heute geht es um das Depot und meine Strategie. Viel Spaß mit dem Video. So, dann labern wir nicht lange herum, sondern kommen gleich auf den Punkt. Mir wurde von Dago die Frage gestellt, hi, warum legst du deinen Fokus so sehr auf Deutschland? So, die Frage ist, wenn man mein Depot sieht, berechtigt. Und selbst wenn ich mal schnell drüber gucke, muss ich gestehen, ja, da ist ein Eindruck, den man gewinnen kann, wenn man sich die Werte so anschaut. Jetzt muss ich gleich aber sagen, dass das keine Absicht war, sondern aus der Situation und den aktuellen Chancen entstanden ist. Also, mein Masterplan sieht folgendes vor. Ich will das Depot bereits streuen, also diversifizieren. Und dabei habe ich mir bestimmte Vorgaben gemacht. Priorität Nummer 1 ist die Breite in den Branchen. Das mache ich, um den Zyklen am Markt entgegenzuwirken. Ich möchte in vielen Branchen vertreten sein, da viele Bereiche gewisse Zyklen unterliegen, wodurch es mal gute, aber auch schlechte Phasen gibt. Da ich ein Langfristinvestor bin, möchte ich nicht immer rein und raus in den Branchen, sondern wenn ich mal drin bin, dann will ich auch dabei bleiben und dann gehe ich mit den Unternehmen auch durch die schlechten Zeiten. Daher streue ich in unterschiedliche Branchen, da dann andere Werte das auffangen können, wenn es in einem anderen Bereich, wie zum Beispiel Automobilindustrie, etwas schlechter läuft. Also, Priorität Nummer 1 ist die Branchenstreuung. Priorität Nummer 2 ist die Länderstreuung. Da lege ich auch einen wichtigen Fokus drauf, wenn ich kann. Ich möchte nicht nur in einem Land investieren, sondern weltweit mein Geld anlegen. Sieht jetzt aktuell in meinem Depot etwas anders aus, aber dazu dann gleich mehr. Die wichtigsten Länder aus meiner Sicht sind die USA, dann Europa und Deutschland, China und dann kommt der Rest, also Länder wie Russland, andere asiatischen Staaten und so weiter. Ohne China natürlich. Bei diesen Ländern habe ich mir keine Vorgaben gemacht, wie stark ich prozentual drin vertreten sein möchte. Das wird sich je nach Chancen und Möglichkeiten ergeben. Anders sieht es in China aus. Hier möchte ich gerne mit 10% des Depots vertreten sein. USA würde ich gerne mit 50% reingehen. Und ca. 40% dann in Deutschland und Europa. Legt mich jetzt nicht auf die Prozente fest. Das ist nur so ein grober Richtwert. Wie gesagt, das ist meine Idealvorstellung. Ich weise aber nochmal auf Priorität Nummer 1 hin, die Branchenstreuung. Und ja, das schnell abzuhandeln. Priorität Nummer 3 wäre dann die Währungsstreuung. Also ich würde am liebsten das meiste Geld in Euro und Dollar stecken und dann ca. 10%, eventuell 15% in andere Währungen wie Pfund, Yuan, Yen, kanadische Dollar, Schweizer Franken und so weiter. Das ist aber eine untergeordnete Vorgabe, die ich erst erfülle, wenn ich die Branchen- und Länderstreuung, was natürlich auch mit den Währungen zu tun hat, erfüllt habe. Schauen wir uns mal kurz die aktuelle Situation im Depot an. So, hier habe ich einmal jetzt die Aktien, die ich in meinem Depot liegen habe. Allianz, AT&T, Baidu, BASF, Barrick Gold, Covestro, Cop Energies, Heidelberg Zement, Münchner Rück, Pro7, Sat.1, Roll, Dutch Shell, RWE, Schaeffler, Unilever, Verizon, Volkswagen und Vonovia. Das ist jetzt mein aktueller Bestand. Jetzt blende ich mal die Branchen ein. Ihr seht, ich habe Versicherungen, Telekommunikation, Internet, Chemie, Gold, noch mal Chemie, Biotechnologie, Baustoffe, Versicherungen, Medien, Öl und Gas, Energie und Strom, Zulieferer, Konsumgüter, Telekommunikation, Automobilindustrie und Immobilien. Das sind jetzt die Branchen, die ich bis jetzt bedienen konnte. Manche halt auch mit zwei Werten, wie zum Beispiel bei der Versicherung, wo ich die Allianz und die Münchner Rück habe. Oder halt die Chemiebranche, wo ich halt BASF und Covestro schon in meinem Depot habe. So, dann blende ich jetzt mal die Länder ein. Hier sehen wir halt Deutschland, USA, China, wieder Deutschland, Kanada, Deutschland, 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 Großbritannien, Deutschland, Deutschland, Großbritannien, USA und nochmal Deutschland, Deutschland. Ja, ich bin hier natürlich sehr in Deutschland investiert, was man hier auf jeden Fall schon mal sehr gut sieht. Nur damit ihr mal so einen groben Überblick über die Branchen und Länder bekommt, in der ich aktuell schon drin bin. So, das müsste dann glaube ich erstmal reichen. Ihr habt gesehen, dass ich die Priorität 1 soweit erfüllt habe. Bis auf Chemie und Telekommunikation sind alle Aktien in unterschiedlichen Branchen. Da ich später viel mehr Aktien im Depot haben werde, kann ich dann auch mehrere Aktien in einer Branche haben. Da habe ich bei Chemie und Telekommunikation schon etwas vorgegriffen. Ja, aktuell bin ich bei meiner Priorität 2 noch nicht da, wo ich hin will. Aktuell sind meistens deutsche Aktien im Depot gelandet. Und viel zu wenig ausländische Werte. Das hat allerdings einen Grund. Ich bin in einer etwas komplizierten Situation. Ich habe das Projekt gestartet, unter anderem um zu zeigen, dass man in jeder Situation und Lage ein Depot aufbauen kann, wenn die Strategie stimmt. Daher habe ich die Herausforderung angenommen, bei Old-Time-Highs der Börse bzw. vieler Indizes das Depot zu starten. Wäre ich jetzt privat und hätte ein dickes Depot mit vielen Werten im Plus, dann würde ich jetzt eher sagen, ich bin mit vielen Aktien dabei und lasse die Aktien mit dem Gewinn jetzt erstmal laufen. Ich streiche meine Dividenden ein, mache manchmal Teilverkäufe und investiere nur hin und wieder ein paar Euro, wenn sich sehr gute Möglichkeiten ergeben. Ansonsten baue ich meinen Cash-Bestand auf, um bei größeren Marktrücksetzern mit meinem Geld gute Zukäufe zu tätigen. Das wäre dann auch richtig, wenn man sein zu investierendes Geld zu 80 oder 90 Prozent in Aktien hat. Dann muss man nicht investieren, sondern man kann. Dann, ich starte das Projekt aber jetzt und ich kann nicht warten, bis es mal zu größeren Rücksetzern kommt. Dann könnte ich das Depot auf Eis legen und hier auf dem Kanal irgendwelche Videos veröffentlichen, die sich um das Thema Börse drehen. Aber ich bräuchte dann keine Analyse-Videos zu machen, weil ich ja da nichts kaufen will, oder Aktien halt kaufen und dann das Depot optimieren. Das könnte ich dann alles vergessen. Das ist nicht das, was ich eigentlich machen möchte. Noch einmal, ich möchte eigentlich zeigen, dass man zu jeder Zeit mit der richtigen Strategie ein Depot aufbauen kann. Schließlich gibt es genügend Leute, die jetzt zu Hause sitzen und sagen, ich würde gerne in Aktien gehen, ich habe es noch nie gemacht, aber ich traue mich jetzt nicht, ein Depot aufzubauen bei diesen Index-Höchstständen. Und das ist natürlich ein Thema, dem ich mich annehmen möchte. So, also, was mache ich? Ich suche mir also Aktien raus. Entweder direkt nach den Branchen, die ich noch mit Werten besetzen muss. Dann nehme ich ein Unternehmen, wo ich mir Potenzial verspreche und analysiere es. Wenn sie in meinen Augen dann fair bewertet ist, dann kaufe ich sie. Zur aktuellen Zeit findet man kaum noch Werte, die wirklich günstig sind, denn fast alle Aktien sind schon recht gut gelaufen oder kommen von Höchstständen runter, weil zum Beispiel Erwartungen nicht erfüllt wurden. Also suche ich mit meinen Analysen Aktien, die fair aussehen und wo ich mir in der Zukunft höhere Kurse verspreche, weil sie durch eine gute Entwicklung noch an Wert gewinnen können. Neben dem direkten Herauspicken von interessanten Unternehmen nutze ich aber auch andere Möglichkeiten, um etwas günstigere Aktien zu finden. Da wäre zum Beispiel gute schadtechnische Situation, aktuelle Bilanzzahlen oder halt News. Gerade hier bei den Nachrichten, wo dann oftmals Kurzabsacker zu sehen sind, versuche ich Aktien etwas tiefer zu erwischen, da der Markt eventuell Werte zu sehr abstraft. Zumindest in meinen Augen. Nehmen wir mal die Allianz. News kam raus, Aktie sackte in meinen Augen zu stark ab und ich konnte diesen Wert dann billiger einkaufen wie ein paar Tage zuvor. Bei dieser Methode ist es natürlich schwer, auf bestimmte Prioritäten zu setzen, denn die Welt da draußen interessiert sich nicht für meine Strategie und Taktik. Und wenn etwas passiert, dann muss ich das nehmen, was kommt. Ich muss dann nur aufpassen, dass ich nicht zu sehr in einer Branche reingedrängt werde. Natürlich ist dann auch die Länderverteilung schwer einzuhalten. Denn wenn etwas bei einer Aktie aus Deutschland passiert, dann hilft es mir wenig, wenn ich mehr in den USA investieren möchte. Ich bin ja überhaupt froh, dass ich überhaupt Werte bei den hochgelaufenen Kursen finde, in denen ich noch investieren kann. Eins steht für mich auf jeden Fall fest, ich möchte nicht in überteuerten Aktien rein, nur um Länder oder Branchen zu bedienen. Dann kommt noch das Länderproblem hinzu. China ist aktuell ein schwieriges Pflaster. Ich würde gerne dort investieren. Und ich habe viele Werte auf meiner Liste. Da gehören bekannte Werte wie Alibaba, Xiaomi, JD.com, Momo oder Tencent dazu. Genauso wie Solaraktien oder eher niedrig bewertete Firmen wie Ping'an Insurance, Weichai Power, China Railway, China Petroleum, China Water, Hanggan, Bank of China oder China Mobile. Alles Werte, die ich mir gerne ansehen möchte. Aber was hilft mir hier eine Analyse, wenn der chinesische Markt wegen den Regulierungen, US-Streit und aktuellen großen Abverkäufen der großen Anleger, ja sehr riskant ist. Ich will da rein, aber es muss halt passen. Dann kommen wir zu den USA. Selbstverständlich ist das eigentlich der Markt, wo ich am meisten rein will. Das Problem ist nur, der Aktienmarkt in den USA ist schon sehr heiß gelaufen. Beim S&P 500 haben wir seit Monaten keine Korrektur mehr gesehen. Es geht nur bergauf. Viele der Aktien, die für mich interessant sind, haben ein Bewertungsniveau erreicht, wo man sich die Augen reiben muss. KGVs von Mitte 20 oder 30 oder noch höher sind keine Seltenheit. Auch hier gilt, ich will da rein. Aber ich möchte nicht jeden Preis zahlen, um dort vertreten zu sein. Es muss halt von der Bewertung her passen. Wenn wir mal eine ordentliche Korrektur sehen, dann werde ich auch dort vermehrt zuschlagen. Als letztes möchte ich noch eine Sache erwähnen. In meinen Augen sollte man in vielen Branchen auf die Marktführer setzen. Oder zumindest auf die Unternehmen, die eine gewichtige Rolle auf der Welt oder in Europa spielen. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Ja, auch wir in Deutschland haben gute Firmen, die auch weltweit eine führende Rolle einnehmen. Nehmen wir mal VW. Die gehören zu den größten Autobauern der Welt. Warum sollte ich jetzt Ford oder General Motors nehmen, wenn ich mir von VW sogar noch mehr verspreche? Unter anderem, da sie zum Teil halt auch günstiger bewertet sind wie die Konkurrenzfirmen. Anderes Beispiel. Eine Heidelberg Zement. Die gehören zu den Weltmarktführern. Wenn man die Big Player haben will, dann kann man auch einen der Führenden nehmen, der aus Deutschland kommt. Da habe ich dann auch kein Währungsrisiko. BASF, einer der größten Chemiekonzern in Europa. Münchner Rück, einer der größten Rückversicherer in Europa. RWE, einer der größten Energieversorger in Europa. Der dann noch einer der größten Player bei regenerativen Energien ist. Und nicht zu vergessen, Vonovia, Europas größte Immobiliengesellschaft. Also ihr seht schon, ja, ich habe viele Werte aus Deutschland. Aber das sind auch Big Player in Europa oder auf der ganzen Welt. Das Beste an der Sache ist dann noch, dass sie oftmals gute Dividendenzahler sind und im Branchenvergleich noch recht moderat bewertet. Ihr seht also, es gibt Gründe, warum ich aktuell stark in Deutschland investiert bin. Das wird sich mit der Zeit und der Größe des Depots aber irgendwann auch mal ändern. Es ist nur eine Momentaufnahme. Wichtig ist aber die Gesamtstrategie. Und manchmal kann man die nicht direkt am Anfang so zeigen, wie man möchte. Mit der Zeit wird es aber deutlicher, wohin die Reise geht. Gebt mir dafür ein wenig Zeit. Glaubt mir, es ist aktuell nicht einfach für mich ein Depot aufzubauen. Bei diesen hohen Aktienkursen. So, jetzt wisst ihr, warum ich so stark in Deutschland investiert bin. Es ist situationsbedingt und nicht meine grundlegende Strategie. Manchmal muss man die Chancen so nehmen, wie sie kommen. Unterm Strich will ich ja auch ein Depot aufbauen, das auf lange Sicht sicher und profitabel ist. Und da kann ich nicht überall einfach reingehen und, wie vorhin schon gesagt, Priorität Nummer 1 ist bei mir jetzt erstmal die Branchenstreuung. So, das war es dann für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und alle Fragen wurden soweit beantwortet. Es wäre natürlich toll, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben könntet. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und es würde meinem Kanal helfen, ein bisschen bekannter zu werden. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann macht das auch, damit ihr keine Videos verpasst. Nächstes Mal gibt es dann wieder eine Analyse, denn mein Depot braucht ja noch weiteres Futter. Bis zum nächsten Video. Euer Markus. Hat euch das Video gefallen? Dann drückt bitte den Daumen hoch-Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!